Na komm rein, Ludder! Ja! Na! Bisschen Musik hören, oder was? Hm? Okay. Du bist der Big Ray, der Matanova! Monster, zeig mir deinen dicken Stick-Present! Es ist gleich für Schiene in den Fu! Schiene in der Kirche in Matanova, Fühl mir den Altar, du dreckige Schwein! Wow! Kannst du mir das auf CD brennen? Geht das? Na klar! Ich muss jetzt los! Check ihn doch auf! Was meinst du? Ein Mouth-Taggen! Was? Typisch! Wir sehen uns! Please!